Für einfaches Kartoffelpüree wasche die Kartoffeln gründlich mit kaltem Wasser. Du kannst sie vor oder nach dem Kochen schälen. Viertle die Kartoffeln oder schneide sie in Würfel und gib sie dann in einen großen Topf mit kaltem Wasser. Bringe das Ganze zum Kochen, dann reduziere die Hitze und gare die Kartoffeln für 10 bis 20 Minuten. Gäse anschließend das Wasser ab und gib etwas Butter zu den Kartoffeln. Stampfe sie mit einem Kartoffelstampfer und gib etwas warme Milch oder Hühnerbrühe hinzu, bis dein Kartoffelbrei die richtige Konsistenz hat. Würze mit Salz und Pfeffer und serviere ihn.